Hallo YouTube, hallo Freunde des Let's Plays, euer Sporty heißt euch herzlich willkommen zur 47. Ausgabe von Rech 07. Wir sind immer noch in Po, im Südwesten von Frankreich, auf der vierten Station unserer dritten Saison. Ja, das erste Rennen, der erste Lauf war wahrlich nicht zufriedenstellend. Einmal dezent eingeschlagen an einem Reifenstapel, Frontflügel und Aufhängung zerrissen, eine Runde später verbremst und nochmal Aufhängung und Frontflügel lädiert und in der letzten Runde, als wir gerade noch so auf den 23. aufgeholt hatten, bleibe ich an der Leitplanke hängen. Ich weiß nicht wie, aber ich habe es trotzdem geschafft, mir dabei das linke Vorderrad abzuweisen und als Dreirad haben wir es dann auch geschafft, ins Ziel zu hoppeln, aber zufriedenstellend war es nicht. Die Zeiten waren top, der Anfang war richtig gut, Platz 3 lagen wir im Rennen, hatten von der 12 aus einiges gerissen, aber jetzt, oder danach lief es halt wirklich absolut, naja. So, dann reduzieren wir mal den Spritbestand ein bisschen. Jo, auf geht's, 24. Startplatz. Ah, es ist so bitter. Fabio, bist ja schließlich das gleiche Auto wie wir. Immerhin von der 24 auf die 14 vorgekommen in der ersten, oder bis zur ersten Kurve. Und schon den 12. Platz inne. Ordentlich reingedrängelt. Nichts passiert. Also der Start hier und heute verlief doch mal richtig Dufte. 24 auf 9 in einer halben Runde, oder in einem Sektor eigentlich. Alles dran. Jetzt müssen wir aber ein bisschen Reifen schonender fahren als das letzte Mal, denn ein Boxenstopp ist nicht geplant. Die KI hat schließlich keinerlei Boxenstopp gemacht und auch keine Ambitionen gemacht einzumachen. Das Spritthema ist ja hier wie gesagt keins und die Reifen haben bei den KI-Fahrzeugen irgendwie keinerlei Verschleiß. Damit muss man leben. Und wenn wir jetzt einfach mal die 40 Minuten lang die Konzentration oben halten und diese... Es waren wirklich wenig Fehler. Es waren eigentlich... Ja gut, diese zwei, drei Sachen am Rande, die zählen nicht. Aber es waren drei Fehler, die dann wieder richtig Zeit gekostet haben. Und das ist irgendwie in letzter Zeit so die Entwicklung, wo es hingeht. Die Anzahl der Fehler ist drastisch reduziert. Nur wenn mal einer passiert, dann kostet es gleich richtig Zeit. Und wir sollten eben jetzt in diesem Rennen uns nicht nochmal Frontflügel und Aufhängung kaputt fahren. Sondern mal versuchen an einem Stück ins Ziel zu kommen. Weil mit der ersten Runde bin ich echt zufrieden. Von der 24 auf die 9 waren wirklich guter Start. Und ich würde sagen, aus der Position ist noch so ziemlich alles drin. Und ich würde sagen, aus der Position ist noch nicht zufrieden. Jetzt einfach geduldig sein, keine Harakiri-Aktionen. Jo, kaum Saris und schon drängel ich mich wieder an der gleichen Stelle vorbei. Einfach ein ruhiges Rennen fahren, auf die Reifen achten. Und wenn sich ein Positionswechsel ergibt, nehmen wir den halt gerne mit. Besonders auf diese Kurve hier achten. Da war es schon wieder fast zu spät. Ist das eine Scheiße. Wer stellt denn da so einen bescheuerten Reifenstab hin? Mann, wer soll doch die Fahrzeuge schützen und nicht erst kaputt machen. Das ist Pauka Josef, weil ich wieder weiß, was ist er, nicht erst klopft. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Glück gehabt. Da war zwar eine Leitplankenlücke, aber das Rad hielt. Habe ich jetzt das? Vorsicht. Das Rad hielt. Das ist sehr wichtig. Ja, der Reifenverschleiß sieht nun dann auch relativ gesund aus. Also fahren wir schon Reifen schonender als im ersten Lauf. Aber wir fahren nicht unbedingt schneller als im ersten Lauf. Das Umstand, den ich nochmal korrigieren muss. Das Umstand, den ich nochmal korrigieren muss. Zu früh gebremst. Wir haben jetzt viel Schwingung in die erste Kurve verloren. Das Umstand. Das Umstand. Das Umstand. Das Umstand, den ich nochmal korrigieren muss. Da hinten. Okay, okay. Das ist ungut. Genau in der Ecke. Das war einer der zu überwundenden und der, na einer von uns liegende, also der fünfte, vierte, wie auch immer. Aber es war also nicht verkehrt, haben wir zwei Plätze jetzt gewonnen. Einen dadurch, dass der Kollege da stand und den anderen, weil wir den roten ausbeschleunigt haben. Könntet ihr das Wrack mal bergen? Geht doch. Reifen sind gut, Halbzeit fast erreicht. Sprit ist gut. . . Untertitelung des ZDF, 2020 Es ist auch interessant zu sehen, dass bei mir die Konzentration auch ein bisschen zugenommen hat in letzter Zeit. Denn ich erinnere mich da an unser allererstes Rennen mit der Formel BMW. Das war damals noch so ein Stundenlauf und das ging überhaupt nicht, das ging da hinten los. Und mittlerweile nehme ich eigentlich immer beide Rennen direkt hintereinander auf. Und vorher noch das Training und letztes Mal war es auch noch das DTM-Rennen kurz davor. Das heißt, da hatte ich dann auch noch Qualifying und DTM-Rennen eben vorneweg. Dazu dann eben hier Training mit Race07. Und dann habe ich ja das erste Rennen in Sandford auch noch neu starten müssen nach 10 Minuten. Und saß somit also da schon mal 90 Minuten am Stück auf dem Bock. Davor eben DTM-Rennen auch noch mal, ja, 90 Minuten entsprechend. Könnte man mich mittlerweile schon fast zur Langstrecke anmelden. Ja, es ist trotzdem interessant zu sehen, dass man früher bei einer Stunde, oder nach einer halben Stunde im Prinzip schon fertig war mit den Nerven. Und es sich jetzt so entwickelt, dass man auch die Konzentration über zwei Rennen hintereinander aufrechterhalten kann, halbwegs. Und das bei der sengenden Hitze, die hier momentan herrscht. Und im Dachgeschoss sowieso immer lustig. Du kriegst mich nicht ins Getriebe, Kollege. Und im Dachgeschoss sowieso immer lustig. Das war mal ein guter zweiter Sektor, finde ich. Aber im letzten Sektor wieder weggeworfen, das Ganze. Denn das wäre eigentlich eine 1.15 geworden. Eigentlich hätte der dritte Sektor gepasst. Im ersten Sektor nochmal was nachgelegt. Sehr schön. Wenn wir eine 1.15.6 schaffen würden, wäre das wahrscheinlich Bestzeit des gesamten Rennwochenendes. Nochmal Zeit gefunden im zweiten Sektor. Das wäre erstaunlich. Im letzten Sektor aber wieder weggeworfen. Der Rote geht mir langsam auf den Keks. Der ist schneller als ich. Und ich weiß nicht wieso. Eine 1.15.997. Das ist noch zu langsam. Stichst jetzt gerade in den Rhein. Nee, ne? Gut. Das ist noch ungefähr 3 Zehntel zu langsam. 4 Zehntel. 14 Zehntel. Und jetzt besser rauskommen. Sieht sehr sehr gut aus. Ne, da fährt einer in die Box. Okay, und die KI geht dann sofort auf die Eisen, weil sie denkt, das gibt jetzt gerade eine gelbe Flagge. Das ist interessant. Aber hat uns gerade mal zwei Plätze gebracht. Von daher nehme ich. Wobei eigentlich sogar drei Plätze. Also den einen ausbeschleunigt, der eine ist abgebogen in die Box und der dritte... ...war der Meinung, ich kriege gerade eine gelbe Flagge, deswegen mache ich langsam. Ja, und somit drei Plätze gewonnen. Bin jetzt von 24. Startplatz auf die 2 vor. Wenn wir das Ding nach Hause kutschieren, dann wäre das ein richtig geiles Ergebnis. Und der erste ist ja schließlich auch noch nicht allzu weit weg. Drei Sekunden vor uns. Einfach noch 17 Minuten konzentrieren. Auch wenn es langsam schwer fällt, weil... Ja, ich hing jetzt hier schließlich auch schon über 60 Minuten auf dem Bock. Na, Quatsch. Ich habe ja doch vorher das Training gemacht, halbe Stunde. Ja, 90 Minuten haben wir schon voll. Konzentration ist aber noch da, was die schnellste Rennen... Oder mal eine persönlich schnellste Rennrunde vor ein paar Runden gezeigt hat. Und wenn es so weiter geht, können wir das Ding vielleicht sogar gewinnen. Von der 24 aus wäre schon cool. Demnächst in die Box, warum auch immer. Okay, Reifen sind noch in Ordnung. Sprit 17 Liter sollte locker reichen. Wir haben jetzt 20 verbraucht in 24 Minuten. Du bist der Führer, ne? Ja, okay. Das Auto rutscht schon ein bisschen mehr mit dem leichten Reifenverschleiß. Bisschen zu viel Körb mitgenommen draußen. Nein, ich überhole ihn noch nicht. Nicht vor dieser Kurve. Ist zu gefährlich. Der dritte 10 Sekunden hinter uns momentan. Ich bin jetzt 20 Sekunden höher. Bisschen zu friedlich. Hehehe... Schön, die glühenden Bremsscheiben, wenn man die so im Rad sehen kann. Das fehlt mir irgendwie bei der DTM Experience. Bei allen glühen die Bremsscheiben, wenn ich sie mir im Replay anschaue, aber bei mir nicht. Warum auch immer. Ja, also wenn ich dann über die TV-Kameras hier das Ganze nochmal anschaue, um die Screenshots zu machen. Bei allen glüht es, nur bei mir nicht. Vielleicht Bremsdruck zu wenig, oder ich bremse auch zu wenig, nicht hart genug, das habe ich an der Seite Corsa gesehen. Der Ausschlag des Bremspedals ist immer relativ gering. Ich bringe nicht genug Kraft auf. Aber es reicht trotzdem relativ oft, um die Räder zum Blockieren zu bringen. Ja, wir haben halt keine ABS. Und irgendwann ist halt der Druck doch zu groß. Ich hätte glaube ich die Bremse lösen und einlenken sollen, das wäre besser gewesen. Naja, es ist nicht viel passiert, wir haben jetzt 30 Sekunden, dreieinhalb verloren. Wir müssen uns aber fahrweise ein bisschen an den Reifenzustand anpassen, dann wird das wieder... Vier Sekunden, okay. Gleich da ein Schlag, alles in Ordnung. Jetzt wieder konzentrieren und auf den Vordermann aufholen. Der Hintermann ist weit genug weg, ist noch langsamer unterwegs als wir. Wir kommen jetzt in Ordnung. Wir sind jetzt hier in Ordnung. Wir kommen natürlich an den Vordermann, aber wir sehen uns als wir. Wir nehmen uns vielleicht die Läder in Ordnung, bis jetzt, bis jetzt losereienste N baja. Dann geht es mir und wenn wir das wieder nach dem Vordermann aufhören. Aus etwas wir haben. Was denn? Ich habe das weitergehen, was wir ja? Wir kommen jetzt noch nicht nur übern. Wir machen uns nicht, wenn wir das wiedersehen. Wir schauen euch es genau so fest. Untertitelung des ZDF, 2020 10 Minuten haben wir noch, um Sieg zu erringen. Ganz ehrlich, von 24 auf 2 wäre auch alles andere als blamabel. Ich glaube, das wäre vollkommen okay. Wären zum einen wichtige Meisterschaftspunkte und zum anderen 24 auf 2. Das tut auch dem Ego gut. Man sollte jetzt nur nicht bei der Aufholjagd oder bei einer verrückten Aktion das Ding wegwerfen. Das wäre nämlich dann wirklich beschissen. So, in einer Runde haben wir schon eine Sekunde aufgeholt auf den Knaben. Das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Ja, die Reifen gehen mittlerweile schon ziemlich in den Ketter. Aber ein Stop kommt nicht in Frage. Das Ding wird so ausgefochten. Und wieder eine Sekunde aufgeholt. Am Anfang des zweiten Sektors machen wir immer die Zeit gut. Vielleicht auch schon ein bisschen im ersten Sektor. Ah, diesmal habe ich es mitbekommen. Also rechts bin ich ein bisschen zu knapp über den Abweiser gefahren. Nicht, dass man mir gleich noch eine Stop-and-Go-Penalty aufbrummt, weil ich dreimal abgekürzt habe. Das andere Mal ist zwar schon 20 Minuten her, aber ich glaube, das Spiel wirkt das nicht unbedingt. Nur vorne links ist leicht in Mitleidenschaft gezogen. Die anderen sind erwartungsgemäß da, wo sie hingehören ungefähr. Diese Runde nicht so sonderlich viel gewonnen. Eigentlich gar nichts. Egal, wir haben noch sieben Minuten. Er ist in direkter Sichtweite. Oder in unserer Sicht fällt. Und ja, doch sieht es ganz gut aus. Und ja, das ist ganz gut aus. Oh, das ist verwunderlich. Was macht er jetzt in der Box? Ich hatte mich auf einen schönen Zweikampf eingestellt. Hm, na gut. Wenn dem so ist, dann ist dem so. 6 Minuten noch ungefähr. Einfach nur vorsichtig das Ding zu Ende fahren. Und der nächste ist 16 Sekunden hinter uns. Einfach nichts Unnötiges riskieren. Schnellste Rennrunde brauchen wir nicht mehr. Ich bin mit der 15997 eigentlich komplett zufrieden. Und noch besser wäre es, oder richtig geil wäre es eigentlich von 24 auf 1 in dem Rennen zu fahren. Das wäre schon richtig cool. Das würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Mitnehmen wollen. Deswegen einfach jetzt vorsichtig das Ding um den Kurs schaukeln. Keine Strafe riskieren. Keinen Unfall riskieren. Und einfach gemütlich machen, weil es sind noch 4 Runden. 4 Runden und 14 Sekunden, das ist schon eine Menge. Hier ist noch nur ein Fahrfehler. Und zwar in der ersten Kurve, der uns ja dann 4 Sekunden gekostet hat. Einmal verbremst. Zum Glück nicht eingeschlagen. Bisher läuft das Rennen wirklich richtig, richtig gut. Super Start gehabt. Erste Runde gleich von der 24 auf die 14. Oder erste Kurve von der 24 auf die 14. Erste Runde auf die 9 vor. Dann durch einen Unfall der Konkurrenz profitiert. Als dann hier 3 Jungs quasi aufgehalten wurden. Warum sollte man die Chance nicht nutzen, wenn man sie kriegt? Von daher lief das Rennen eigentlich wirklich sehr gut. Einige Überholmanöver auch selber gehabt. Einen guten Zweikampf mit dem Führenden gehabt, bis er dann abgebogen ist. Wir haben ihn gut aufgeholt. Wir hätten ihn auch bestimmt noch geschnappt. So ist es halt, jetzt ohne Gegenwehr. Drittletzte Runde ist angebrochen. Das sollte aber eigentlich reichen. Für die letzten 3 Runden. Ja, das reicht auch. 5,5 Liter für 3 Runden. Locker. Ups. 5,5 Liter für 3 Runden. Caution. Single yellow flag in Sector 2. No overtaking. Vorletzte Runde. Noch 10 Sekunden Vorsprung. Genug Sprit an Bord. Die Reifen sind hinüber. Aber egal. Okay. 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 Das geht jetzt gerade zu Lasten meines Vorsprungs. Eine Runde muss ich noch überstehen. Ich habe jetzt anderthalb Sekunden hinter mir einen. Ich sehe ihn schon im Rückspiegel. Nur weil diese Lumpfnase da vorne sich nicht in dieser... Na, das war aber eine Herbin. In der Haarnadel ordentlich benehmen kann. Das hat Zeit ohne Ende gekostet. Jetzt wird es doch nochmal spannend auf der letzten Runde. Etwas, was ich jetzt eigentlich nicht mehr gebrauchen könnte. Beziehungsweise worauf ich ganz gut verzichten könnte, um das mal so auszudrücken. Oh, okay. So, jetzt kriegt er uns nicht mehr. Ich glaube, ich lasse ein paar Meter bis zur Ziellinie von der 24, vom letzten Startplatz aus, vor auf die 1. Dank einem guten Start, dank einer guten ersten Runde und dank zwei Fehlern der KI. Wir selber haben nur einen einzigen Fehler gemacht, der uns nach 4 Sekunden gekostet hat. Ansonsten wirklich ein solides Rennen. Vielleicht sollte ich demnächst wirklich vorher schon mal 50 Minuten irgendwie ihr Rennen fahren, damit ich dann die Konzentration noch habe für die beiden Race 07 Läufe. Weil es waren jetzt vorneweg 70 Minuten, bevor ich das Rennen begonnen habe, die schon ununterbrochen auf dem Box saß. Und das Rennen lief deutlich besser als der erste Lauf, wo wir mit drei Fehlern unser Auto ziemlich zerlegt haben. Ja, also wirklich spitzenmäßiges Rennen. Hat absolut Fun gemacht, tolle Aufwohljagd. Hier auf den damals Erstplatzierten. Wirklich super solide, sehr sauber gefahren, gut mit den Reifen gehaushaltet, Sprit genau abgepasst. Also ich persönlich bin mit dieser Leistung voll auf zufrieden und solltet auch hier ein bisschen Gefallen daran gefunden haben, dann gebt mir bitte den Daumen nach oben. Wir schauen nochmal ganz kurz in die Ergebnisse rein. Auch die Rennrunde, die 1.15997 fand ich, war schon okay. Okay, 1.15.2, Alter Schwede, da komme ich nicht mehr hin. 7 Zehntel finde ich auf der Strecke nicht mehr. 1.15.6, 1.15.6, 1.15.4, 1.15.1. Ich gehe kaputt. Ne, also da hört es bei mir wirklich auf. Eine mittlere 1.15... 1.15.6 wäre realistisch gewesen. Hätte der letzte Sektor gepasst. Aber danach ist Hense. Also, ich denke, wir sind hier wirklich auf einem ganz guten KI-Niveau momentan. Es hat einfach Fun gemacht. Okay, wir haben auch noch 55 Kilo Ballast an Bord. Es hat wirklich Fun gemacht. Es lief super. Und ich bin einfach wirklich zufrieden mit dem Rennen, weil wirklich von 24 auf 1 vor ist schon eine Leistung, die man im echten Motorsport auch nur selten zu sehen bekommt. 3x10 Punkte. Da bin ich jetzt mal gespannt. Wir sind immer noch Tabellenführer, haben sogar einen Punkt Abstand gewonnen. Zum zweitplatzierten Handicap-Gewicht 80 Kilo. Das kostet Zeit. Egal. Mir hat es wirklich Spaß gemacht. Euch bitte ich, Däumchen nach oben zu drücken. Und natürlich auch beim nächsten Lauf wieder dabei zu sein. Wir schauen nochmal ganz kurz, wo es hingeht. Nach Kiew, Ukraine, nach Czajka. Ja, als Ersatz für Brunnen. Als Ersatz für Brunnen. Nun denn, dann verabschiede ich mich mit diesem Bildschirm von euch für heute. Wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Video. Euer Spotty. Bis zum nächsten Video.